Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Heute werde ich mal das Interview von Calvin auseinandernehmen, wo dann Nico und Sarah zu Gast waren. Das heißt, glaube ich, Let's Talk About Temptation. Das war, glaube ich, die dritte Folge mit Nico und Sarah. Und das werde ich euch nochmal unten verlinken. Dann werde ich noch von Sarah und von Charlene, weil dabei ist ja was gedroppt worden. Darauf werde ich auch nochmal eingehen. Und dann gab es halt bestimmte Insta-Stories, Posts bei Insta von Sarah und Charlene. Das werde ich auch nochmal ein bisschen analysieren und gucken, was ihr so davon haltet. Ja, wir werden uns das gegeneinander angucken, weil es ist schon so ein bisschen komisch. Diese Temptation-Staffel ist an sich wirklich krass. Und dann auch im Nachhinein so eine Art das zweite Wiedersehen. Die schießen, die sind nur noch am Schießen, beleidigen sich gegenseitig. Einiges wird einfach gedroppt. Privates, Intimes wird preisgegeben. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wir werden darüber reden. Und warum ich so aussehe heute? Ich habe einfach am Samstag und am Sonntag war ich zu Besuch bei einer Freundin im Garten. Und ich habe meine Atomfresse in die Sonne gehalten. Und so sieht es aus. Also ich habe mich derbe eingecremt. Die Kinder waren auch da. Wir hatten da so ein Plastikbecken. Und wer war als erster drin? Natürlich ich. Die Kinder mussten mich immer zur Seite schubsen. Ich bin das größte Kleinkind. An sich war das richtig angenehm. Aber ich habe, obwohl ich mich wirklich gut eingecremt habe. Und ich hatte natürlich Handschuhe. Gegen meine Sonnenallergie. Damit ich da diese Bläschen nicht kriege. Aber die haben eigentlich ganz gut geholfen. Die Handschuhe, muss ich sagen. Also sahen ein bisschen komisch aus. Aber die haben geholfen unter der Sonne. Unterm Schirm. Weil ich da auch sehr, sehr empfindlich bin. Aber meine Nase, ich sehe aus wie eine Schnapstrossel. Also meine Ohren habe ich auch krass eingecremt. Guck mal hier. Ich habe mich derbe eingecremt. Aber alle anderen haben nichts abgekriegt. Nur ich. Also ich habe eine derbeempfindliche Haut. Und von Jahr zu Jahr wird die schlimmer. Habe ich das Gefühl. Aber die Sonne kann ich einfach nicht meiden. Ich liebe die Sonne und da mache ich das einfach auch mit. Obwohl das jetzt auch juckt so ein bisschen. Aber es ist okay. Das ist von meiner Seite erstmal. Und ich freue mich mit euch nochmal das Video zu analysieren. Zu gucken so, was ihr eigentlich davon haltet. Und warte auf eure Kommentare natürlich. Und falls du natürlich noch mal einen Kanal bist. Über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben. Natürlich Kommentare. Und falls du die ganzen Folgen von Temptation eine dir angucken möchtest. Unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Und da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Zu Calvins Video könnt ihr auch. Das werde ich auch nochmal unten verlinken. Das ganze Video könnt ihr natürlich angucken. Das ist irgendwie gestern online gewesen. Heute habe ich mir das so recht zurecht geschnitten. Und ja. Mir auf Insta und TikTok könnt ihr auch natürlich folgen. Charlene und Sarahs Instagram Profil werde ich auch nochmal unten verlinken. Weil deren Storys werden wir auch nochmal durchgehen. Und ja. Jetzt geht es wie immer los. Was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Talk About Temptation Baby. Wir haben hier heute Sarah und Nico. Also es sieht so aus, als hätten sie sich hierhin gezwungen. Also laut Vertrag musst du jetzt hier mitmachen bei Let's Talk About Temptation mit Calvin. Ja. Also glücklich sehen die nicht aus. Glücklich sieht anders aus. Das ist das erste Mal glaube ich, dass ihr euch wiederseht nach dem Wiedersehen quasi im Dezember. Ja, richtig. Und wie geht es euch jetzt so damit ungefähr? Ja, ich bin froh, wenn ich gleich wieder hier weg bin. Ehrliche, wahre Worte muss man schon eingestehen. Und der Nico hat kein Glatzimmer. Der hat ein bisschen Haare auf dem Kopf. Seid ihr fest davon ausgegangen, dass ihr da zusammen wieder rausgeht? Ich schon, ja. Ich am Anfang eigentlich auch. Also beim Wiedersehen hört sich das anders an, Nico. Also, dass du schon ein bisschen geplant da reingegangen bist und gesagt hast, dass das alles eine Show ist. Und dass du keinen Bock mehr hast auf Beziehung. Oder nicht? Aber jetzt, dass wir uns ausgesprochen. Erzähl doch mal, was du mir geschrieben hast. Ich bin dir ehrlich, weiß ich gar nicht mehr. Weißt du das nicht? Also ich weiß wirklich gar nicht mehr. Du weißt wirklich gar nichts mehr, ja. Was hat er denn geschrieben? Er hat alles vergessen natürlich. Nach dem Wiedersehen hat er dann, als er ins Hotel gegangen ist, hat er da nochmal Sarah was geschrieben. Ich habe Sarahs Insta-Stories auch nochmal mir angeguckt. Das habe ich hier oben. Da hat sie es auch nochmal erwähnt, dass der Nico ihr geschrieben hat. Das hören wir gleich nochmal. Und hat im gleichen Zuge in dieser Audio gesagt, dass er mit sich komplett im Reinen ist und ihm nichts leid tut. Genau, das hat er nämlich direkt danach, nach Temptation Island Wiedersehen, hat er ihr das geschrieben. Das ist auch krass, finde ich. Also du machst beim Wiedersehen mit und da entschuldigst du dich nicht mal, grinst die ganze Zeit. Und dann schreibst du so einen Scheiß deiner Ex-Freundin, die traumatisiert ist von dem Ganzen, was da passiert ist. Ich muss auf jeden Fall sagen, jetzt weiß ich ja ein bisschen. Ich habe erstmal ein bisschen alles reflektiert, was überhaupt passiert ist. Aber wie durch ein Wunder erinnert er sich wieder dran. Nervlich war ich da sehr am Ende, habe auch gut ein bisschen was getrunken dann. Du kannst einem schon fast leid tun. Sie nimmt ihn krass auseinander, sie rasiert ihn eisgeil. Die ganze Zeit, so stichelt sie, was ich super gut finde. Ich finde es auch unglaublich, wie respektvoll, mit Beherrschung sie da sitzt, mit Anstand. Also ich weiß nicht, wie die drei Jahre zusammengeblieben sind, zusammen waren. Also wie Sarah das mit ihm eigentlich ausgehalten hat. Und wie durch ein Wunder erinnert er sich wieder dran, was er da Sarah geschrieben hat. Ich komme halt eigentlich nicht damit klar, was ich ihr angetan habe. Und warum hast du das nicht so mal geäußert bis heute? Ja, weil ich hatte irgendwie keine Eier, muss ich auch ehrlich sagen. Also irgendwie hat der Mut ein bisschen gefehlt. Und jetzt haben die die Kameras hier Eier verschafft? Sie roastet ihn krass. Also jetzt plötzlich hast du Eier bekommen oder was? Als die Kameras hier erschienen sind und dich aufnehmen. Also er wusste ja, wo sie wohnt. Er weiß ja, wo sie arbeitet. Er hat ihre Telefonnummer. Und jetzt plötzlich, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schon krass. Nö, das ist ja jetzt nicht erst seit 10 Minuten, nachdem ich hier sitze. Das ist ja schon lang. Wie lange sitzt du denn hier schon seit gestern Abend? Nee, das jetzt nicht. Aber ich will damit einfach... Sie ist so lustig einfach. Ich muss einfach lachen. Es hat sich wahrscheinlich so einiges aufgestaut in Sarah. Und ja, sie macht ihn richtig fertig. Hättest du dich wirklich entschuldigen wollen, hättest du zigtausend Chancen dazu gehabt. Aber du hast es nicht getan. Ja, es geht nicht. Ich habe es zwar nicht getan, aber ich habe mich auch nicht getraut. Er hat sich nicht getraut. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die eigentlich gar nicht in der Familie gelernt haben, wie man mit Konflikten umgeht. Weil ich meine, auch gefühlskalt würde ich ihn auch einschätzen, weil auch in der Familie haben sie wahrscheinlich gar nicht so wirklich mit Gefühlen umgehen können. Ich kenne ja den Thorsten Legert, ne? Man weiß natürlich nicht, wie er privat privat ist. Aber so wie sie dann auf einmal mit den Kindern brechen und so auf Liebesentzug die Kinder sind. Und dann wieder zack, haben sie wieder Kontakt mit den Eltern. Also das macht schon was mit einem, ne? Könnte ich jetzt einiges so analysieren, ne? Aber mache ich mal nicht. Ich habe mir, also es war vielleicht auch der eigene Stolz oder so. Vielleicht auch einfach das, was ich dir angetan habe in dem Moment. Weil ich war glaube ich, ich bin noch nicht so krass gekränkt gewesen, dass ich dir nicht mal in die Augen halt gucken konnte. Also in dem Moment, das fällt mir halt sehr, sehr schwer. Und das wollte ich halt dir einfach nochmal jetzt auch klipp und klar ins Gesicht sagen. Dass es mir extrem leid tut. Das, was passiert ist, war absolute Scheiße. Und ich wünsche halt auch nur das Beste für das weitere Leben. Das wünsche ich dir auch. Und hier muss ich sagen, war das ehrlich, was Nico von sich gegeben hat, ne? Man merkt einfach, dass er konfliktscheu ist. Dass er ein Mensch wahrscheinlich ist, der, wenn er Scheiße baut, einfach Abstand gewinnt. Aber nicht auf Konfrontation geht, ne? Nicht über seine Gefühle wirklich reden kann. Nicht sich entschuldigen kann. Und ich glaube, das haben die einfach nicht gelernt. Und jetzt plötzlich nach Monaten, glaube ich, vor einem Monat war das, glaube ich, mit dem RTL-Interview, ne? Wo er dann auch sich daneben benommen hat. Dazu kommen wir gleich. Aber an sich ist das so, weiß ich nicht, was so in seinem Kopf ist, ne? So ein Rollercoaster. Heute mal so, morgen mal so. Und nie direkt straight jemandem seine Gefühle äußern. Sich entschuldigen, aufrecht entschuldigen. Aber das tat er hier jetzt. Ich glaube, der hatte, der hat ein neues Management. Das kann auch gut angehen, ne? Ja, dass die einfach ihm abgeraten haben. Und dass die ihm einfach einen Leitfaden geben. Ähm, Fazit aus dem Ganzen. Frage wurde jetzt nicht richtig beantwortet. Also die Kameras hier haben die jetzt Eier verschaffen. Nö, das liegt ja nicht an den Kameras jetzt. Ja, doch, du hättest dich ja auch schon vorab entschuldigen können. Jetzt ist einfach nur dieser Moment endlich mal gekommen, dass wir wirklich Face-to-Face hier auch waren. Aber mit diesem Moment hätte es, wenn du gewollt hättest, zigtausend Mal geben können. Ja, hätte es geben können. Das ist ja auch ein bisschen gestärkt. Das Management hat auch ein bisschen Druck gemacht, dass er sich so ein bisschen äußern muss, weil sonst wird das nichts mehr, ne? Also das, ich meine, der ist ja Boomer in der Nation jetzt, ne? Und keiner will ihn wirklich sehen. Und ich finde auch, ich finde es auch krass, dass die Menschen, die schreiben böse Nachrichten, es gibt, es gab, glaube ich, auch Morddrohungen. Irgendwas war mit seinem Autoreifen, ne? Und also diese ganzen DMs, die er bekommen hat, das macht schon was mit der Psyche eines Menschen. Es ist, glaube ich, nicht leicht, das Ganze durchzustehen, ne? Und ich bin extrem gegen Cybermobbing, gegen Hate. Ähm, ich finde, man kann konstruktive Kritik äußern, aber das war es auch. Weil du musst dir vorstellen, wir verstehen das alles nicht so ganz, weißt du? Du sagst ja, du kamst mit dir selber nicht klar, aber auf der anderen Seite, du warst mit dir im Reinen. Weißt du, das ist das, wo wir uns alle fragen so, was geht bei dem Digger ab, so, weißt du? So, ich habe mich so in die Engel drückt gefühlt und das war einfach so, aus Scham war das halt, dass ich dieses Grinsen... Also aus Scham hat er das Grinsen gehabt. Er ist konfliktscheu. Er meinte ja auch, er hat zwei Gesichter, das hat er auch dort zugegeben. Aber ich glaube, beim Wiedersehen war er nicht er selbst, ne? Weil er hat ja ordentlich Dresche gekriegt, ne? Ja, also verbal, alle waren gegen ihn, die Jungs waren gegen ihn, die Frauen waren gegen ihn. Lola hat ihn so ein bisschen auseinandergenommen, außer wo sie meinte, dass sie ihn auch gerne verstehen möchte. Auch der Kelber möchte ihn einfach verstehen. Man versteht ihn einfach nicht. Und reflektieren kann er auch nicht wirklich. Ich glaube, der weiß nicht, was mit seinen Gefühlen passiert ist. Und er hat wahrscheinlich auch keine Leute, die wirklich zwischenmenschlich, psychologisch mit ihnen geredet haben. Damit er sich so ein bisschen reflektiert. Weil sowas ist echt wichtig, finde ich, unter Freunden. Aber heute hat er sich wirklich ehrlich entschuldigt. Und das kommt noch ein paar Mal, wo sie darüber reden und sich sogar die Hand geben. Nikos Familie kannte mich nicht zu Anfang unserer Beziehung, hatte aber von Anfang an einfach ein Problem damit, dass Nico eine Partnerin hat. Und das, glaube ich, auch bei Thorsten Legert. Es muss alles nach seiner Pfeife tanzen. Man kennt den Herrn ja schon mittlerweile, wie der so drauf ist. Und dass sie hier dann sagt, von wegen, weil Nico jetzt eine Freundin hat, hat die Familie sich distanziert von Nico. Obwohl er doch total normal sein sollte. Er darf aussuchen, mit welcher Frau er zusammen sein kann. Ich finde, da sollte man einfach einen Mittelweg finden. Und nicht einfach so, zack, jetzt mal Kontaktabbruch. Ohne darüber geredet zu haben. Und das ist halt krass. Also wenn die Kinder noch gar nicht in der Erziehung, während sie Kinder waren, gar nicht solche Werte vermittelt bekommen haben, erwartet man jetzt, dass die Erwachsenen vernünftig reagieren. Und das geht einfach nicht so. Das geht nicht an einem vorbei, wenn man keine richtige gute Erziehung genossen hat. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken, wenn wir uns Nico angucken. Ich will ihn jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber ich versuche das auch zu verstehen. Und irgendwann sagte sein Vater einfach aus dem Nichts, Nico, du bist doch jetzt schon mit Sarah relativ lange in einer Beziehung. Wird es nicht mal langsam Zeit, wieder eine andere Frau zu ***? Was? Ehrlich? Eine andere Frau zu ***? Das ist doch abartig. Sie sitzt da direkt vor dir und du sagst das eiskalt. Das ist richtig respektlos. Da sieht man halt, wie dieser Mensch gepolt ist und dass die Mutter gar nichts dazu sagt, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Da muss doch die Mutter einschreien und sagen, du hast kein Recht, so mit einer Frau zu reden. Wir haben uns ja auch sehr, sehr oft gefragt, stimmt das überhaupt, was da Sarah erzählt? Aber hier, der Nico, der bestätigt es nochmal. Und ehrlich? Ja, dass die Aussage war, dass gewisse Sachen verstehe ich bis heute nicht, aber ich will jetzt einfach nur jetzt auch zu dir, ich will diese Familie, dieses Familienthema, was das ist, da habe ich ja so keinen Bock drauf. Ja, also ich kann es auch verstehen, dass man über die Familie nicht reden möchte, aber da muss man auch wirklich die Familie komplett raushalten. Dann darf auch kein RTL-Interview bei dir zu Hause gemacht werden, wo ihr dann über Sarah herzieht. Da packt sie dann auch aus, das verstehe ich auch. Aber man muss wirklich von Anfang an strikt sagen, nein, über Familie wird nicht gesprochen. Und wahrscheinlich hätte es auch das Management geraten und der Vater natürlich auch, weil sonst wird wahrscheinlich ganz, ganz viel eklige Sachen werden dann publik werden. Darüber will ich jetzt auch nicht weiter reden. Okay. Ich finde so, wir können jetzt über Temptation reden. Ja. Aber was das angeht, da habe ich keinen Bock zu quatschen, sonst brauche ich das gleich ab und hoch ab. Ja, guck, da hat er auch direkt seinen Punkt gesetzt und ja, darüber reden die halt nicht. Kann ich verstehen, ja, aber dann muss man auch strikt sein und von Anfang an nicht die Familie mit reinbringen in diese Thematik. Die Sache aber zuletzt, zu guter Letzt, ich habe mit deinem Vater auf jeden Fall auch gesprochen. Deine Eltern waren auf jeden Fall auch mega enttäuscht von dir und deinem Verhalten. Also ich kenne den Menschen nicht, aber ja, das hat der Vater ja auch bei Insta preisgegeben. Der muss für seine Scheiße gerade stehen. Da sollte man auch seine Kinder nicht irgendwie, wie soll ich sagen, den Kontakt abbrechen. Ich meine, das sind deine Kinder. Du musst immer für deine Kinder da sein. Auch wenn sie Scheiße bauen und denen helfen und nicht Kontakt abbrechen. Also wo wären wir denn da? Ich hatte halt zwischendurch wirklich eine Phase in Temptation. Also ich war wirklich drei Wochen komplett abgeschottet. Ich hatte keinen Kontakt, ich war nicht arbeiten, ich war nicht im Lande. Also weil ich war einfach, ich hatte wirklich kurz so eine typische Phase, weil ich kam gar nicht klar mit mir selber. Parallel und nie im Universum. Also Sarahs Gesichtsausdruck sehen wir ja, die nimmt das Ganze überhaupt gar nicht mehr ernst. Und das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Das, was sie wahrscheinlich rechts und links gehört hat von jedem, von den Verführern, von den Verführerinnen. Und da will sie einfach auch nicht mehr mitmachen. Da sagt sie auch von wegen, denkt sie auch, ich will damit jetzt endlich mal abschließen. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Kann ich verstehen. Dann wird noch über das Video geredet, was ja auch online kam in der letzten Woche, wo Siria und Nico sich aufgenommen haben. Ja, dann haben sie halt darüber geredet von wegen, dass sie pimpern werden und dass sie gepimpert hätten, dass sie ganz schön ordentlich ein Sitzen haben wegen des Alkohols. Und Sarah thematisiert das nochmal. Findest du das nicht ziemlich respektlos, dass man überhaupt noch so ein Video dreht und überhaupt dieses Risiko eingeht, so ein Video in die Welt setzen zu können? Und ihr spricht ja ganz klar in die Kamera rein, ihr beide. Und erzählt ja, wie geil ihr ge*****t habt und dass ihr jetzt wieder ge*****t geht. Und du sagst, jetzt gehen wir wieder mal b*****en. Und dass dieses Video dann irgendwann die Runde macht, das ist ja ganz, ganz klar. Ja, klar, wenn man in einer WhatsApp-Gruppe ist, wo man die Leute eigentlich gar nicht kennt, wirklich, wo Sachen gedroppt werden, wo über intime Sachen gesprochen werden, dann wird das Video natürlich irgendwann öffentlich gemacht. Das machen die Leute dann. Also wem willst du dann deiner vertrauen? Kennst du die Leute ziemlich gut? Also wozu hat man dieses Video dann gemacht? Charlene war ja in dieser Gruppe drin und ich habe an dem Tag eine Storygirl postet, dass ich bei Charlene bin. Ist halt schon alles sehr komisch, dass man dieses Video in diese Gruppe schickt. Man weiß, ich bin bei Charlene und man weiß, Charlene ist in dieser Gruppe drin. Ah, die hat es noch am selben Tag gesehen. Die haben dieses Video gemacht, Siria und Nico, dann haben sie es in die Gruppe geschickt und Charlene war auch mit in der Gruppe, Sarah nicht. Aber die wussten über Instastories, dass Sarah gerade bei Charlene ist. Und dann liegt es doch nahe, dass Charlene das dann Sarah zeigen würde. Also als hätten die das vorsätzlich gemacht, dass das Sarah mitbekommt. Es kommt für mich so rüber, als ob dieses Video bewusst an mich... So Provokationen da reingestellt wurde. Genau, dass es bewusst an mich kommt. Und es kam auch an diesem Tag direkt an mich eben. Ja, falls das so passiert ist, ist es wirklich sehr, sehr heutig, sehr berechnend, sehr respektlos Sarah gegenüber. Also ich hatte dann halt wirklich nach Temptation halt wirklich, ich glaube die ersten eineinhalb, zwei Monate halt mit niemandem. Also ich war komplett alleine. Ich hatte nur meinen besten Freund und mich, das war es. Ja, aber schreib da auch mal noch eine Nachricht hinterher an die Mama, Alter, wenn die dich so aufgenommen hat. Bro, weißt du, besser ist es. Ich finde es cool, was Calvin sagt, weil Sarahs Mutter war ja auch Notfallkontakt von Nico, falls bei Temptation irgendwas passiert. Nicht Nikos Eltern selber waren die Kontaktpersonen von Sarahs Mutter. Und sie hat ihn ja geliebt wie ein Sohn. Weswegen sie dann jetzt momentan Sarahs Mutter gar nicht so auf Temptation gucken konnte. Und ich finde es gut, dass Calvin nochmal nachhackt und sagt so, ey, es wäre super, wenn du mal der Mama aufschreiben würdest oder dich entschuldigen würdest für all das, was du getan hast. Welches Management war involviert, um das richtig zu stellen? Also zu dem Zeitpunkt halt offizielles Management hatte ich gar nicht. Ja. Also gab es nicht. Das Wiedersehen für mich war, glaube ich, der schlimmste Tag in meinem Leben. Ja. Weil, ne, das Problem war einfach, ich war so verzweifelt in dem Moment, ich wusste halt gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Weil ich halt einfach nur diesen Drang hatte, weg von dieser Situation zu fürchten, weil ich halt einfach nicht mehr konnte. Ja, er hat wahrscheinlich einfach seinen Kopf in den Sand gesteckt, ne, wollte mit all den ganzen Sachen gar nichts zu tun haben, hat dann irgendwie ganz blöde Sachen geplabbert, wie zum Beispiel, dass sein Management, dass das alles abgesprochen war, dass das eine Show ist und er hat sich immer mehr in die Scheiße reingeritten und sogar auch Sarah geschrieben, von wegen, oder als er bei Sarah, glaube ich, war, dass das alles geplant war und so und das hätte er mit dem Management abgeklärt oder darüber geredet und dabei hatte er kein Management in dem Zeitraum. Also das wird nochmal hier geklärt, aber was soll man denn jetzt glauben? Also es ist alles so unglaubwürdig, alles so schwammig, ne? Heute sagt er A, morgen B und übermorgen C oder was? Ansonsten bereut ihr die Teilnahme bei Temptation Island? Hand aufs Herz? Ja, also jetzt muss ich sagen, also natürlich, ich denke mal für Sarah ist es jetzt eine Klarheit, dass ich nicht der Mann an ihrer Seite bin, dass ich nicht der bin, der ich eigentlich bin. Ja, du nie warst, ne, in der Beziehung, also so wie so ein Fähnchen im Wind, ne? So unglaubwürdig, wie du dich hier präsentierst, habe ich noch nie einen Menschen gesehen und Sarah freut sich natürlich, ne, dass sie endlich mal gesehen hat, dein wahres Gesicht kennengelernt hat, weswegen sie dich auch verlassen hat und das war natürlich super für Sarah, ne, bei Temptation Island mitzumachen. Weil die Sarah ist ja echt eine, Digga, sowas gibt's ja, sowas findest du nicht oft, ne? Eine Frau, die echt, die so aussieht und die so, ich sag mal, so doll hinter dir steht, beißt du dir dann nicht manchmal in den Arsch, dass du da so... Ja, das wahrscheinlich wird er nie wieder so eine finden wie Sarah, wo Anstand, Respekt und wie sie sich beherrscht und wie sie mit den Sachen umgeht, ne, also unglaublich, wie sie selbstreflektierend diese ganzen Sachen analysiert und auch wo du drinnen warst bei Temptation und sie hat gesehen, sodass du eigentlich ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hast, hat sie gesagt, so, ja, er hat ein bisschen zu viel Alkohol getrunken und das wird schon alles und so. Also sie hat ihn immer in Schutz genommen, ne? So eine Frau findest du nicht leicht. Sie war auch die erste große Liebe von mir und ich weiß auch ganz genau, Sarah war für mich immer die Person, die ehrlichste Person. Sie war die offene Person, sie war, glaube ich, die einste Person in der Zeit, wo wir zusammen waren, die wirklich mich genommen hat, wie ich bin. Vielleicht muss ich sagen, ist Sarah, ich glaube, mit das Beste, was mir passieren konnte. Wow, das ist natürlich toll, dass er das sagt und, ähm, und das klingt auch alles wirklich sehr ehrlich. Dass ich wohl die hinterf***igste Frau sei, die er, die erkenne. Das ist erst wenige Wochen her. Das ist das, die Aussage weiß ich auch. Ja, das hat er beim RTL-Interview gesagt, ne? Und das habe ich auch nicht verstanden, ne? Ich habe auch Nico Kass deswegen kritisiert, wo ich dann dachte so, ey, du gehst da rein, pimperst da mit einer Frau, ne? Obwohl du deine Treue testen wolltest. Und dann setzt du dich da hin und sagst, obwohl du diese Frau wirklich dramatisiert hast, die bloßgestellt hast, sagst du, dass sie hinterf*** sei. Weißt du? Also, das geht überhaupt nicht. Das Problem ist, ich habe halt, du weißt selber, im Netz, Leute erzählen ganz, ganz viel. Und ich habe halt wirklich sehr, sehr viele Dinge gehört von, die in der Show waren, die außerhalb waren, was Sarah über mich erzählt hat. Da ist halt wirklich sehr, sehr viel hochgekommen. Für mich war gerade ich, war sehr, sehr impulsiv zu der Zeit. Ich wusste nicht, was richtig und falsch war. Und dann ist, die Sache ist mir wirklich rausgerutscht, ne? So was rutscht einem doch nicht raus. Auch wenn Leute im Internet schreiben, wie, weiß ich nicht, Lügen verbreiten über die Sarah. Du kennst sie doch. Du warst noch drei Jahre mit ihr zusammen, hast zusammen gewohnt. Da muss man doch, weiß ich nicht, ich habe echt das Gefühl, dass dieser Nico wirklich wie so ein Fähnchen im Wind ist, ne? Also, dass er irgendwie nichts mitbekommen hat, was Empathie, was Gefühle angeht von der Familie. Egal, ob du mich ein Leben lang hasst oder sonst was, aber ich will immer eins, dass du weißt, dass du für mich halt an der Seite immer, also für mich die tollste Freundin warst an der Seite, die ich hier hatte. Und dass ich deine Eigenschaften mehr als geschätzt habe und immer noch schätze. Und dass ich dir auch sonst weiter ganz viel Glück wünsche für allen. Das will ich wirklich wissen. Ich wünsche dir alles Gute und ich will trotzdem, wenn man sich mal sieht, dass man sich wenigstens in die Augen gucken kann. Das war mal ehrlich, ne? Finde ich super. Und er musste auch so ein bisschen aufatmen, so ein bisschen Pause machen danach, weil so wahrscheinlich ist er wirklich konfliktscheu und kennt es gar nicht, so Empathie zu zeigen und sich auch mal zu entschuldigen, ne? Also, das kennen die wahrscheinlich gar nicht, die Kinder von Thorsten Ligert. Und jetzt kam es hart auf hart und die Leute haben dann auch wahrscheinlich, er wahrscheinlich hat er auch in den letzten Monaten wirklich scheiße gefressen, ne? Also, über die DMs und die Leute haben wahrscheinlich auch Freunde von ihm, haben auch gesagt, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung und so. Und jetzt hat er sich mal zusammengerissen und war mal ehrlich. Und ich glaube, Calvin hat da auch so ein bisschen Druck gemacht. Und irgendwann hat er das dann gestalt, ne? Besser spät als nie. Und ich kann es auch von ehrlich sagen, für mich warst du Familie. Also mehr als Familie. Also nicht nur deine Familie und gerade du für mich selber. Du warst die Person für mich in meinem Leben. Und ich war... Ja, aber es ist doch schön, wenn man das mal einfach sagt. Und wenn ihr euch die Hände gebt, finde ich es noch cooler. Danke. Und euch die Hände reichen könnt. Toll. Also ich finde es auch sehr, sehr stark von Sarah, ne? Also, finde ich es super von Sarah, dass sie das wirklich auch macht. Und da sieht man halt, wie liebevoll sie eigentlich ist, dass sie verzeihen kann und wie anständig, vernünftig und respektvoll sie mit der Sache umgeht. Zu wem vom Cast besteht denn noch guter Kontakt? Also ich mit niemandem außer Charlene. Ja. Ja, und jetzt werden wir mal einiges mehr erfahren. Zu den Jungs, zu meinen Jungs, sage ich klipp und klar, also will ich auch keinen Kontakt haben. Also ich sage klipp und klar, das sage ich auch hier vor allem. Hinter 40 bis zum Gehtnichtmehr. In dem Moment, wo ich eigentlich die Jungs gebraucht habe nach der Show, kein Arsch hat sich gemeldet. Gut, die Jungs kann ich auch so zum Teil verstehen. Man hätte natürlich auch empathisch an die Sache herangehen können, den Nico mit der ganzen Sache konfrontieren können. Die haben sich richtig zurückgehalten. Und später, wo dann Temptation Island angefangen hat, haben sie dann zu ihm Kontakt gesucht. Aber dann ist es halt zu spät. Weil dann sieht man einfach nur, wer famegeil und sensationsgeil ist. Sonst muss ich sagen, auch wie sie gesagt hat, also mit der Charlene habe ich ein bisschen Kontakt. Wir sind ab und zu mal am Schreiben. Wir tauschen uns aus. Muss ich sagen, wie sie sich entwickelt hat, top. Darf ich dich ganz kurz fragen? Ja, das ist gut. Wie kommst du, dass du mit Charlene Kontakt hast? Weil davon hat sie mir komischerweise gar nichts erzählt. Ich weiß davon nichts. Und jetzt wurde wieder was gedroppt. Charlene hat mit Nico auch Kontakt seit Wochen. Und die einzige Bezugsperson bei Sarah hat sie gesagt, sei Charlene. Und das finde ich krass. Hat Charlene nie was erzählt der Sarah, obwohl die ja wirklich so richtig gute Freunde sind. Und sie weiß ja, was Sarah durchlebt hat. Dass sie mit dem Nico Kontakt hat. Ja, ich weiß nicht, ob der Nico das gedroppt hat. War das ein böser Hintergedanke? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Also, weil, ja, ich würde mal interessieren, was ihr darüber denkt. Und mit Charlene bin ich jetzt eigentlich seit ein, zwei Monaten, sind wir richtig gut in Kontakt. Wir haben oft Facetime gemacht, viel ausgetauscht. Sie hat mir viel anvertraut. Ich habe ihr auch... Mir fällt gerade ein bisschen was aus dem Gesicht. Ach so, ja, das ist... Ja, Sarah ist total schockiert, weil Charlene hat das ja nie erwähnt. Ich weiß nicht, ob das Charlene auch deswegen nicht gemacht hat, um die Sarah nicht zu belasten mit dem ganzen Scheiß. Aber dann denke ich so, wieso hat man Kontakt? Wieso sagt man dann zu der Lorraine, dass das richtig scheiße sei, dass sie Lorraine mit Adrian Kontakt hat? Hat sie auch schon erwähnt. Diese Doppelmoral verstehe ich dann nicht, Charlene. Wieso machst du das dann? Und erzählst ja Sarah überhaupt nichts. Das... Also ich wollte jetzt hier keinen Ärger machen. Nein, das ist ja gut, dass ich das weiß. Ich habe jetzt nur offen und ehrlich gesagt. Das ist ja gut, dass ich das weiß. Ich kann nicht wieder gleich gedrachte als der letzte Arsch, ne? Sarah ist der aber schockiert. Und ich weiß nicht, ob Nico dann... Ah... Die Charlene hintergehen wollte. Daran denke ich auch. Aber denkt er so weit? Kann er so weit denken? Bezweifle ich. Nico, mach mal FaceTime und Anrufe bei Charlene, bitte. Wenn ich die jetzt anrufe, geht die an. Mach mal. Mach, bitte. Ruf sie mal FaceTime an und dann sag mal Hallo und dann gib sie mal mir rüber. Was geht? Willst du ein Video anrufen? Da habe ich mir das gar nicht mit gerechnet. Ne. Hi. Krass, dass FaceTime gemacht wird in der Show, wo es aufgenommen wird, finde ich auch nicht in Ordnung. Dass man sie mit erwähnt dort. Also man kann das im Privaten machen, aber dadurch, dass ja alles hier erwähnt wird, ja und klar, Calvin sagt dann vom Wegen, ja mach mal, ne? Wir wollen halt Sensationen. Wir möchten halt mehr erfahren. Hat schon Beigeschmack, ne? Ich finde das nicht so schön. Äh, ja, wir sind hier gerade bei RTL und der Nico hat gerade erzählt, dass ihr schon seit längerem Kontakt habt, ihr beide. Ja, wir haben ab uns immer telefoniert. Und warum hast du mir davon nie was erzählt? Das hat sich jetzt noch nicht so ergeben gehabt, Sarah. Also es hat sich nicht ergeben, ne? Also wieso soll sich das nicht ergeben? Man redet doch stundenlang miteinander. Das verstehe ich nicht. Also es ist total eine billige Ausrede. Ich finde es nicht cool. Und das ist auch ein Grund, finde ich, da würde ich auch dann die Freundschaft kündigen. Ja, das ist nicht schön. Und hier steht, auf Charlins Wunsch haben wir den FaceTime-Call rausgeschnitten. Ja, kann ich verstehen. Und das fand natürlich auch Charline wahrscheinlich uncool. Alle, die ganze, eure ganze Staffel, ihr rasiert euch ja alle gerade gegenseitig. Ja, aber jetzt weißt du, warum, warum ich keinen Kontakt, jetzt weißt du, warum ich dann Kontakt dazu keinem. Das ist echt schlimm. Ja, vor allem das Krasse ist, ich habe ja auch wirklich zu niemandem Kontakt, außer Charline eben. Ja, vielleicht war das auch falsch, dass du zu Charline Kontakt hattest, ne? Also, das ist schon krass. Aber dass Nico sagt von wegen, das ist der Grund, warum ich hier keinen Kontakt habe zu den anderen, naja, aber ich meine, du hast wirklich die Scheiße gebaut, Nico, ne? Also, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Scheiße, ey, tut mir jetzt schon wieder leid für dich, ne? Ja, das ist wieder so eklig einfach, ey, boah. Also, man vertraut gar nicht mehr, man kann gar nicht mehr vertrauen, ne, meine Lieben, wenn man das hintereinander erlebt, ne? Und Charline hat wirklich nichts erzählt. Wir gucken uns gleich nochmal die Insta-Stories von den beiden an. Ich habe halt aus dieser Show, habe ich sehr, sehr viel gelernt, was ich falsch gemacht habe und was ich sehr, sehr krass bereue. Probiert gedreht, sehe ich euch. Für mich ist einfach auch wichtig, es wird weitergehen auf jeden Fall, auch dieses Jahr für mich schon, aber dann möchte ich halt einfach wirklich auch, dass die Leute mal wirklich den Nico kennenlernen, wie der Nico ist. Oh mein Gott, bei Prominent Getrennt, nein, das wollen wir nicht sehen. Da haben wir ja vor kurzem ja Marc, Robin und Michelle gesehen, also da glaube ich auch gar nichts mehr, ne, wenn man das mitmacht und dass man Nico jetzt weiterhin noch in anderen Formaten sieht, oh, sehen muss, nee, das will ich auch nicht, wirklich. Such dir bitte einen Job oder so, was weiß ich, aber nee, das wollen wir nicht nochmal erleben und den wahren Nico, ich glaube, den haben wir schon kennengelernt, aber ich glaube, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber ich weiß nicht, also die Familie legert es schon, ist schon komisch, ne. Gucken wir jetzt mal die Insta-Stories an, also bei Sarah fangen wir mal an. Da ist ein Frage-Button, schreibt sie oder fragt sie, was sagt euch dieser Blick, bin ich froh, wenn der Scheiß hier vorbei ist, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen und dann schreibt sie, ja, genau, das war mein Gedanke, ich war hin und her, ob ich zu dieser Aussprache wirklich gehe, aber da mein Vertrauen verständlich nicht mehr vorhanden war, war mir das Risiko zu groß, dass er dieses Interview alleine führt und am Ende über mich Scheiße erzählt wird. Jetzt muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass ich dort war, mir hat es, glaube ich, geholfen, jetzt wirklich einen Schlussstrich ziehen zu können und ich konnte nochmal neue Erkenntnisse gewinnen. Ich hoffe, ich bin jetzt endgültig alle falschen Menschen in meinem Leben los. Krass, ja, finde ich auch, das war schon sehr aufschlussreich, ne, du hast dich auch mit Nico vertragen, ihr konntet euch in die Augen sehen, Nico hat sich ehrlich entschuldigt das erste Mal und, ja, hast natürlich mehr erfahren, ne, gerade über die Charlene. Was sagt denn die Charlene dazu bei ihrer Insta-Story direkt danach? Sie schreibt, hey Leute, wie viele von euch jetzt wissen, haben Nico und ich uns ein paar Mal ausgetauscht. Ich kann euch auch sagen, warum. Da ich die anderen beiden vergebenen Jungs mit meinem Ex befreundet sind, war Nico der Einzige, wo ich wusste, er kann mir alle Infos geben, da ich Klarheit haben wollte, was in der anderen Villa passiert ist. Außerdem muss ich auch zugeben, dass es mich echt interessiert hat, ob an den Spekulationen, dass beide es geplant haben, etwas dran ist. Da dieses Gerücht direkt nach den Dreharbeiten im Raum stand. Ich weiß, es war nicht die feine englische Art, das möchte ich auch gar nicht abstreiten, aber zu sagen, wir stehen im regelmäßigen Kontakt oder hätten jemals FaceTime gemacht, stimmt nicht und ist gelogen. Wir hatten gesagt, wenn etwas sein sollte bezüglich Temptation Island, kann man sich gerne melden. Nicht mehr und nicht weniger. Die Nachricht, die er in dem Interview vorgelesen hat, ist entstanden, nachdem er mich mehrmals versucht hat zu kontaktieren und ich ihm daraufhin geschrieben habe, dass ich keine Zeit habe. Ich kann verstehen, dass Sarah enttäuscht ist, vor allem nachdem ihr diese verdrehte Geschichte erzählt wurde. Ich muss auch ehrlich sagen, unter den Umständen wusste ich nicht genau, wie ich ihr das sagen sollte. Das war nicht richtig von mir und tut mir leid. Ich möchte aber noch ganz klar sagen, dass ich ihm meine Meinung zu dem Ganzen gesagt habe und nach wie vor hinter Sarah stehe. Also, ich finde, dieses Statement, sie versucht, sich da so ein bisschen rauszureden, ob sie jetzt FaceTime hatten oder nicht, ob sie mehrmals geschrieben oder nicht, sie haben geschrieben. Ich finde, diese Tatsache steht da und ich finde, das hätte sie auch der Sarah erzählen sollen. Also, das finde ich nicht korrekt, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Da sollte man auch offen reden, weil Sarah ja einen ziemlich guten Austausch war mit der Charlene. Und dann sowas zu erleben, ich meine, diese Doppelmoral von Charlene verstehe ich auch nicht, weil sie war ja wütend auf Loreen, warum sie dann noch Kontakt hat zu Adrian und hat das nicht gut gefunden. Und am nächsten Tag hat dann Charlene nochmal was geschrieben. Wahrscheinlich hat sie ganz, ganz viele eklige DMs gekriegt, wo sie dann dachte, ich muss mich jetzt zu dem Ganzen nochmal äußern. Sie schreibt, guten Morgen zum gestrigen Thema. Sarah und ich hatten ein klärendes Gespräch. Ich habe ihr alles erzählt und ihr auch angeboten, den Chat zu lesen. Sie hat meine Entschuldigung angenommen und es ist alles okay. Ich sage euch nochmal, ich habe nie mit ihm gefeistimt oder eine Freundschaft aufgebaut. Ich kann euch nicht beschreiben, wie wütend und traurig mich das macht. Denn wir haben uns lediglich in ein paar Telefonaten ausgetauscht über Temptation Island. Ich kann die Unruhe verstehen und ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Allerdings bekomme ich seit gestern Morddrohungen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Leute wünschen mir den Tod. Also unmöglich. Und das geht zu weit. Das geht auf jeden Fall zu weit. Das geht nicht. Ihr müsst aufhören damit, weil ihr nicht wisst, was sowas auslösen könnte. Ich bin nicht perfekt. Das habe ich auch nie behauptet. Für alle, die jetzt sagen, ich sei ein Unmensch und alles, was ich sage, wäre gelogen. Ich konnte die ganzen bisherigen Anschuldigungen gegen mich belegen. Das ist leider jetzt der Moment, wo gewisse Leute von sich ablenken möchten. Und das mit solchen Behauptungen. Aber, dass man jetzt alle anderen Sachen hiermit gleichsetzt und mich als schlechten Menschen darstellt, ist einfach nicht fair. Ich habe Fehler gemacht, aber nicht so, wie es im Aftertalk erzählt wurde. Ich denke, damit ist erstmal alles gesagt. Und ich kann mich nur entschuldigen und bitten, nicht so vorschnell zu urteilen. Ja, die Fehler oder der Fehler, den sie jetzt gemacht hat, der ist nicht gleichzusetzen mit dem, was Nico da gemacht hat oder Adrian und so. Das ist der Aftertalk, das zweite Wiedersehen im Grunde genommen. Aber, was gedroppt wurde, kann sein, dass Nico auch damit ablenken wollte. Dass er nicht der Buhmann in der Mitte sein möchte, das Schweinchen in der Mitte, sondern jetzt das Ganze weitergerechnet an Charlene. Ich kann Sarah sehr, sehr gut verstehen, dass sie enttäuscht ist, dass sie keinen Bock hat auf falsche Menschen, weil, ich meine, den ganzen Cast haben wir ja gesehen, erlebt. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also Charlene, sie kann sich ja entschuldigen, wie sie möchte, aber sie hat auf jeden Fall Scheiße gebaut, finde ich, hier. Sie hätte das von Anfang an Sarah erzählen sollen. Das hat schon so einen Beigeschmack, ne? So, was hat dann daraufhin die Sarah geschrieben? Klipp und klar, kurz zu dem Thema. Ich bin weiterhin enttäuscht und schockiert über den Kontakt. Ich habe ihre Rechtfertigung, Entschuldigung, zur Kenntnis genommen. Meine genaue Wortwahl war, ich nehme das jetzt so hin. Dieses Thema ist für mich damit auch durch. Eine Entschuldigung angenommen habe ich aber nie. Ja, sie nimmt das so hin. Das, was Charlene vorher geschrieben hat, die Entschuldigung nimmt sie an, hat sie nicht angenommen, schreibt sie hier nochmal, die Sarah. Und das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Ja, man kann sich einfach nur von solchen Menschen entfernen. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das habe ich auch schon des Öfteren im Leben gehabt. Und am besten ist halt niemals halt irgendwie, ja, die Hoffnung verlieren. Manchmal verliert man so die Hoffnung an die Menschheit. Und wer wahre Freunde sind, wer die richtigen Leute sind oder die falschen Leute sind. Aber dennoch sollte man die Hoffnung nie aufgeben und einfach weitermachen. Das wird sich auch alles widerlegen. Und man wird später darüber lachen. Ja, meine Lieben, was denkt ihr darüber, über diese ganze Sache? Jetzt das zweite Wiedersehen, Aftertalk mit Calvin. Finde ich auch sehr interessant, was alles gedroppt, erzählt wurde. Ich würde mich natürlich sehr über eure Kommentare freuen. Falls du natürlich noch auf dem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Und falls du natürlich ganzen Folgen streamst, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst mir natürlich auch eure Instas folgen, über TikTok. Du kannst dir gerne auch die Insta-Story von Charlene, von Sarah hier angucken. Das werde ich auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Und natürlich diese Folge, die Originalfolge auf YouTube bei Calvin könnt ihr natürlich gucken. Let's Talk About Temptation heißt es. Da geht es halt um Nico und Sarah. Das könnt ihr euch gerne angucken. Verlinke ich nochmal. Und das war es auch, ihr Lieben. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend.